so das sind wir wieder in plans versus zombies und gleich mal los machen loslegen dachte ich kann ja irgendwie noch kurz auswählen und dann das geht gleich los wir pflanzen auf jeden fall schon mal richtig los und zum gelingen zum biesling auch schon los finde ich nicht toll als ich hätte ich lieber warten sollen vielleicht vielleicht ein bisschen besser gewesen ich brauche dringend schon mal ich habe es nicht merken erbsen kanone oder so so ich bräuchte noch eine dann könnte ich noch nicht so blumen kommt schon das eine warte ich jetzt noch damit ich so stirbt zombie so alter da kommen schon so viele ich habe einfach noch nichts gegen die hatte ich spare so kommt schon den kriegst du klein jetzt und er hat wohl den mini knochen eigentlich genau hat genau an dieser stelle kommt jetzt so einer mann ähm nein überlebte walnuss und keine kartoffel ist aber aussieht wie eine Walnüsse. Ich würde mir jetzt eine Walnuss ehrlich gesagt auch irgendwie anders vorstellen. Ach, nicht der Typ. Ich will mehr Sonnenblumen. Oder Sonnenallgemeinheit. Ach, Mann, jetzt kommt der Typ. Der kommt auf diese Seite. Der springt drüber und frisst dann meine Sonnenblume. Finde ich jetzt nicht geil. Finde ich ganz und gar nicht toll. Nein! Huh, sie hat überlebt. Geil. Lol, wir können so ein Eisteil bauen. Probieren wir mal aus. Da brauche ich auf jeden Fall noch zwei. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Uiuiui. Ach, hier kann man ja was sehen. Okay. Ui, äh, schnell aufnehmen. Das ganze Zeug hier. Rühm. Bumm. Ähm. 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 Ähm, so. Voll Mus- Äh, äh, Muskeltasking. Ja. Muskeltasking wollte ich sagen. Ne. Äh, Multitasking hier. Ähm. Muskeltasking? Wie bin ich da überhaupt gerade drauf gekommen? So. Oh. Oh. Ich hab nix gemacht. Ich wollte eigentlich die weg haben, damit ich halt so einen Teil pflanzen kann. Allerdings hab ich die Nachteile nicht so ganz bedacht. Vor allem, dass da gerade in dem Moment so ein wunderschönes Sonnenblümchen, äh, Blüm... Sonne. Einfach nur Sonne. Ganz normal Sonne. Äh, gekommen wäre. Hab ich gar nicht... Sonnen war schon weg eben. War ich dann voll traurig. Alter, es geht hier ab. Mach den kaputt. Hm. Vielleicht mach ich immer so Folgen mit zwei Wellen oder so. Weiß nicht, eine dauert ja schon lange eigentlich. Nicht dauernd übel lange, so. So circa 10 Minuten, oder? Ich weiß noch nicht, wie ich's mach. Neeein. Oh. Lum. Kalt. Ähm. Hat er einfach... Aufgespeist. Finde ich nicht, ne? So ein Verhalten gehört sich nicht. Naja. 200. Sonst setzen wir dann zu ne Kirsche. Auf jeden Fall. Das ist die letzte. Warte. Ja. So. Hat sich ja mal richtig gelohnt. Gut. Würde ich sagen, packen wir einfach noch hin, was wir können. Okay. Nach das Waschen. Ja. Okay. Ich glaub, ich mach einfach immer zwei Wellen von diesem... Ähm... Games immer. Zwei Wellen. Je nachdem, was wir halt schnell gehen oder nicht, ist egal. Einfach zwei Wellen-Videos immer. Ähm... Verschlinger ein Zombie ist aber während des Kahn... Ähm... Ich bin mir nicht sicher. Und so viele gibt's. Ja. Nicht schlecht. Machen wir einfach die. Ich find's mit dem Verkauen halt dann... Zwar cool, aber irgendwie auch blöd. Kurz umsetzen und dann quietscht's wieder. Ah. Stuhl, ne? Ich find... So bestimmte Sachen brauchen einfach übel lange zum Aufladen. So. Viel zu lange einfach. Das kann's doch nicht sein. Okay, da warte ich auf. Ne, Sonnenblume noch. Sonne. Ich werde jetzt immer das sagen, weil ich's mir jetzt angewöhnt hab oder so. Oder ich warte, bis die Sonnenblume eine Sonne ausspuckt. Bäh. Hört sich irgendwie auch ein bisschen seltsam an. Aber naja. Hier kommt gleich noch so einer. Okay. Jetzt setzen wir halt da eine Sonne. Blume. Oh man. Das kann ja heiter werden. Ähm. So. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt großartiger zu sagen soll. Und wie geht's bei euch so? Okay, jetzt brauch ich wieder ein paar. Ich kann halt kurz zum Spiel kommentieren eigentlich jetzt immer so, aber hm. Ach ja, halt schon. Super. Man muss sich auch konzentrieren und kann gar nicht so richtig nebenbei. Dazu quatschen irgendwie ein anderes Thema oder so. Weil einfach diese Konzentration da sein muss. Okay, hier gibt's wieder nur eine große Welle dann. Okay, jetzt haben wir so eine richtige Armee-Dings. Und hier mach ich dann diese Walnuss-Dings-Straße. Keine Ahnung. Ach, die haben schon Eimer. Uiuiui. Ich glaub, da muss ich drei platzieren, damit die so richtig weggehen. Komm schon, einen noch. Ja, die halten irgendwie richtig lange durch. Alter. Ähm. Ich setz noch ein paar Sonnenblumen vor. Da, knabbern ein bisschen. Ach, ne, 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 da kommt jetzt... Ah, okay, passt. Hab nix gesagt. Das mein ich, die braucht eigentlich lange zum Aufladen. Viel zu lange einfach nur. Ah, jetzt ist die immer noch nicht fertig. Dann schieß mal schön rauf. Ähm, ich glaub, ich platzieren noch eine Sonnenblume. Hier so. Theoretisch hätte ich es auch hier hinsetzen können, da wär's sicherer. Ähm. So. Und... Zombiewelle, okay. Ähm, hier, auf jeden Fall. Oje, das ist jetzt richtig mies. Eines noch, dann könnte ich so diesen anderen hinsetzen. Ich mach einfach mal den hier. Und so eine Mine könnten wir auch mal platzieren. Kartoffelmine. Ähm, Mist. Ach so, ne, da nicht. Ach, das war's schon? Okay, cool. Du hast eine neue Pflanze. Duplinator. Schieß zwei Apps auf einmal. Okay, nice. Dann war's jetzt auch für diese Folge und danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank.